Ich bin Katharina, ich komme aus dem Landkreis Hof in Bayern und studiere jetzt im vierten Semester Angewandte Kindheitswissenschaften. Für den Studiengang habe ich mich entschieden aufgrund des Tag des offenen Türes hier an der Hochschule. Hier konnte ich mich von den engagierten Studenten und begeisterten Studenten, den herzlichen Professoren und der schönen Hochschule überzeugen. Am besten an der Hochschule und an dem Studiengang allgemein gefällt mir hier das familiäre Klima und die entspannte Atmosphäre zwischen Studierenden und Lehrenden. Seminare und Vorlesungen finden auf Augenhöhe statt und die Professoren haben immer ein offenes Ohr. Ja, wir haben hier viele spannende Themenbereiche, zum Beispiel Pädagogik, Psychologie, Politik, Soziologie, Gesundheitswissenschaften und Diversity Studies. Der Studiengang ist sehr praxisbezogen, wir machen viele Exkursionen und Projekte. Wir Studenten dürfen auch selbst Projekte planen und durchführen, zum Beispiel Workshops in Kitas oder an Schulen und haben dabei aber immer die Unterstützung von den Professoren. Stenda an sich ist eine süße kleine Studentenstadt. Es ist alles gut zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar. Empfehlenswert sind die vom städtischen Theater und den Musikschulen organisierten Jam Sessions und Poetry Slams. Die finden mehrmals im Semester statt. Es ist einfach schön, da mal hinzugehen oder vielleicht auch selbst sein Talent auf der Bühne zu zeigen. Ich studiere total gerne hier, weil es eine kleine Hochschule ist, man sich gegenseitig kennt, man die Professoren auch mal beim Kaffee zusammen trifft und zusammen Fußball gucken kann.